Friedrich Wilhelm von Köhnen war ein königlich-preußischer Oberstchef des Infanterieregiments Nummer 15 und Freiherr von Zegenwerb. Seine Familie stammt aus dem Herzogtum Kleve. Seine Eltern waren Jan von Köhnen und Agnes Gertrud Judith von Bilant, Tochter von Arnold Adrian von Bilant und Agnes Anna von Kettler. Er war im Jahr 1692 bereits in Kurbrandenburgischen Diensten. Er kämpfte mit dem Regiment Nummer 15 Lotum in allen Schlachten des Spanischen Erbfolgekrieges. Im Jahr 1703 wurde er zum Major ernannt. Seine Leistungen müssen sehr gut gewesen sein. Denn am 27. Oktober 1705 erfolgte seine Ernennung zum Oberstleutnant und am 6. Dezember 1709 zum Oberst. Im Jahr 1718 wurde er Chef des Regiments Nummer 15. Er starb am 25. August 1720 Familie. Er war seit 1715 mit Luise Katharina Friederike Charlotte von Bileinreit verheiratet. Aus dieser Ehe entstammen ein Sohn und drei Töchter. Die Witwe heiratet 1731 den Generalleutnant Georg Christoph von Kreizen, Friedrich Wilhelm Philipp Kahle, Henriette Sophia Lemniskate, Jakob Lodewiex, Werz de Landers. Rosette Familie. Pope Rafael –, Jakob Lodewin Taxi 220-hertz Jahr erb in der Anflictionur Meierreit auf dem He inherited einen Begriff von Kreuz Kreuz.